Hauptrechner, das ist gut. Unautorisierter Besucher, Hauptrechner. Ich bin autorisiert. Computer, hier spricht die Rektor-Titman. Sofort alle Funktionen der Solaranlage deaktivieren. Systemabregelung wird initialisiert. Systemabregelung abgeschlossen. Tut mir leid, Clark. Ich weiß, was Sie vorhaben und kann nicht zulassen, dass Sie Erfolg haben. Es steht zu viel auf dem Spiel. Unautorisierter Besucher, Hauptrechner. Und jetzt? Geh einfach mal weiter hier. Unautorisierter Besucher, Hauptrechner. Gleich kommt was Großes. Spürt schon, Doc. Stimmt was nicht. Der unautorisierte Zugriff auf den Hauptrechner ist eine verletzende Spurgelicht der Erdangstation. Ersetzen Sie alle Steuerungen und reten Sie vom Sicherheitskasten zurück. Äh. Wartet mal. Unautorisierter Besucher, Hauptrechner. Oh, was ist denn das hier? Ja, so ist das gut. So. Und dann haben wir... Oh, wir haben keine Munition mehr. So, jetzt gucke ich mal das da ganze Krapen an. Magnet. So. Unautorisierter Besucher, Hauptrechner. Aha. Ist noch beschert. So, jetzt haben wir hier ein Bildschirm. Vier Schlitze, oder was? Das heißt... Der hier... Wir haben den Oberen. Dann haben wir diesen Verpickelten hier. Und dieser Züppelzwoppel. Unautorisierter Besucher, Hauptrechner. Oh. Deaktivieren. Die elektrische Abschirmung des Hauptrechners wurde deaktiviert. Vorsicht walten lassen. Vorsicht walten lassen. Ja, immer noch mal zurück wahrscheinlich, ne? Gut. Kommt nix. Ja, Alter, mein Fz hat den Maul. Ich bin hier am Arbeiten. Gehen wir... Gehen wir mal um einmal auf die Eier. Und nicht mir. So. Das heißt, das hier ist verschlossen. Ich baue mir... Soll ich mal aufbauen? Unautorisierter Besucher, Hauptrechner. Ey, los scheiße. Alles gut. So, wo muss ich jetzt hin? Unautorisierter Besucher, Hauptrechner. Muss ich jetzt mal hier? Zerstören, oder was? Ah, da ist auch noch so ein Ding. Guck mal hier. Warte mal, warte mal. Ja. Ah, gecheckt. Also, man nimmt sich auf die andere Seite. Selbe spielen. Und dann kann ich hier was kaputt machen. So, wartet mal. So, Junge aus. Ah! Ah! Doch, war nicht witzig, Jungs. Unautorisierter Besucher, Hauptrechner. Nicht du! Gott, so. Das heißt, wir brauchen die ganzen Dinger hier. Unautorisierter Besucher, Hauptrechner. Der kommt rechts hin. Kommt der Hammel hin? Unna? Voll easy. Ja, der Dauerhamel. Kommt. Over. Genau. Sicherheit des Hauptrechners beeinträchtigt. Sicherheit wurde informiert. Und jetzt? Kommt die Käse sau, oder wat? Jetzt geht's ab. Kommt. Kommt. Oh, was war das, Sau. Ich war mir ein bisschen verdrickt. Ihr Hauptrechnerschein, Kaiser, sind extrem anfällig. Bitte treten Sie zurück. Kannst du mich schmoren? Ja, muss ich jetzt machen? Oh nein. Automatisierte Funktionen, offline. Ausschaltungen, offline. Station wird auf manuelle Bedienung zurückgesetzt. Gefällt mir. Fällt mir. Hehehe. Jetzt ist die dumme Sau offline. Oh! Oh, Kacke. Was war denn das Tor? Der ist wie immer am Durchdrehen. Oh, Kacke. Oh, Kacke. Die Lichter geben mir so auf, die glöten, Mann. Also, ich fühle mich nicht wohl hier, muss ich sagen. Ich bin irgendwie... Ich bin irgendwie... War nix. Gut. Da ist doch ein Vieh. Ach, ne. Ach, ne. Ach, ne. Da ist wieder, äh... Genau, was ich bin. Da ist ja so ein Babsack. Ach, da ist ja so ein Babsack. Ach, da ist er, jo. Oh, ne. Oh, ne. Oh, ne. Oh, ne. Oh, ne. Oh, ne. Die Babydolls. Oh, ne. Oh. Ja, komm nur. Ja, komm nur. Ja. So. Ich krieg keine Munition, ey. Scheiß hier. Ja. Das Straße-Park brauche ich nicht. Hier mal Speicher. Oh. Leer. Alles nix gut. Gut. Da können wir hier nämlich mal speichern. Die Munition geht wieder weg wie nix, ne? Ich krieg kaum Plasma-Energie dazu. Für meinen Dicke Knüfter. Ja. 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 Ja.